Hey Freunde, kannst du wie meine Freunde, Data Löffel, acht Kinder haben? Data Löffel, was ist denn los bei dir verdammt nochmal? Du hast doch gar keine Freunde mehr. Außer das jetzt schon zu planen, bist du doch selbst noch ein halbes Kind, man. Wie alt bist du, 16, 17? Und jetzt schon Familienplanung? Lass dir doch erstmal noch, keine Ahnung, Paare am Sack wachsen oder keine Ahnung. Warte erstmal noch zehn Jahre ab. Und dann kannst du dann irgendwie über Familienplanung, aber jetzt schon? Okay, es läuft vielleicht musiktechnisch und geldtechnisch gerade gut. Aber du musst ja erstmal den Geldhahn irgendwie immer am Laufen haben. Das dauert ein bisschen, bis das Business läuft. Bei Ufo kann man drüber nachdenken, weil bei ihm läuft es richtig. Aber bei dir, du musst erstmal so mehrere Alben haben, die auch bocken, die die Leute auch hören wollen. Aber dann gleich irgendwie in 17, 16 schon acht Kinder. Willst du eine eigene Großfamilie eröffnen oder was ist da los? Willst du der neue Arafat Abou-Chaker werden mit acht Kindern oder was läuft denn da ab bei dir? Was ist denn da los? Denk doch mal nach. Okay, meine Freunde, es ist fast wieder von Nulanbos. Abonniert, like, nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.